Hey, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von P2, einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft Colossus Season 2! 2, yeah! Ähm, ähm, mir ist da was bei der Postproduktion so ein kleines bisschen abhanden gekommen. So ungefähr sieben Minuten. Ich kann euch leider überhaupt nicht sagen, was wir in diesen sieben Minuten gemacht haben. Ich weiß nur, das habe ich eben nochmal so im Nachhinein rausgesehen, dass wir diese Conductive Iron gemacht haben. Die macht man aus Redstone und ganz normalen Irons, also Iron Bars. So, äh, Iron Bars, Iron Ingots, sorry. Ähm, ja, heute möchten wir uns eigentlich mal so ein ganz kleines bisschen entweder damit beschäftigen, dass wir uns jetzt endlich mal Rubber suchen. Ähm, dass wir uns eine fette, krasse, übermächtige Rüstung machen. Oder allerdings, ähm, ja, mit Greg Tag anfangen. Also so richtig anfangen, so, 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 richtig so BÄM! Ähm, aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen erstmal ein kleines bisschen Rüstung und dann, ähm, ja. Und dann können wir uns mal so ein kleines bisschen an Greg Tag wagen. Wobei ich ganz gerne, wenn ich die Rüstung habe, aller spätestens mal nach Rubber suchen werde. Weil, ähm, äh, 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 die Dinger heißen Magical Crop und nicht Frop, 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 äh. So, ähm, denn ohne Rubber sind wir so ein ganz kleines bisschen aufgeschmissen. So, ähm, Mark 1, nö, Mark 1 ist total uncool. So, das ist Mark 4, äh, hier, Mark 1, äh, siehste, geht doch. So, ähm, Infused Ingots, äh, nee, richtig, dass das die richtigen sind? Sicher? Sicher? Ja, Tatsache. So, Weak, äh, Essence, vier Stück und Iron Ingot. Dann brauche ich, äh, äh, brauche ich da fünf? Wo sind die Hosen? Ach, da sind die Hosen. Wieso ist da kein... Hm, egal. Also fünf, dann brauchen wir, äh, äh, 13 und 20 und 24. Also, das heißt, äh, vier mal 24 sind wir bei 96. Das heißt, wir brauchen, ähm, 1,5 Stacks von den Weak Essence. Ähm, davon noch zwei und dann noch zwei. So, und dann müsste das rein theoretisch, glaube ich, ja schon gewesen sein. Guck mal, hier haben wir auch noch Weak Essence. Das ist gar nicht so verkehrt. Wobei, eigentlich können wir gleich mal alles zu Weak Essence machen, weil wir brauchen die Dinger sowieso, haufenweise. Haufenweise, wenn wir die Dinger brauchen. Ich sag's nur jetzt schon mal. So. Et voilà. Oh, nixer Stack. Das Problem ist, dass die Dinger, ja, ich will jetzt nicht sagen teuer sind, aber es braucht einen Moment, bis man die ganzen Ressourcen hat. Und das ist, ähm, tja, naja, ein bisschen aufwendig. Aber ich glaube, das sagte ich bereits. Oh, man. Oh, yeah. Ach, guck mal, da haben wir sogar auch noch zwei Stacks. Das ist super. So. Dann können wir uns nehmen. Wobei, Rüstung machen, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir machen uns auf die leichte Art und Weise Rüstung oder allerdings, ähm, ja, auch nicht. Reicht, ähm, so. Dann so. Und dann das Iron in die Mitte. Reicht das jetzt? Nö, wir hatten, was hatten wir rausgefunden? Doch, das reicht. So, einmal so. Na, komm da weg. So, dann einmal so. Die Hosen, die nicht vorhanden sind. Dann, ähm, so. Und dann einmal so. Yeah. So. Dann können wir uns hier schon mal die Rüstung anziehen. Na, komm da weg. So. Oh, yeah. Oh, yeah. Wir haben eine dicke, fette Rüstung. Oh, yeah. Oh, yeah. Wo die Beine so ein kleines bisschen verpackt sind. Oh, yeah. Ach, ist euch nicht mal was aufgefallen? Ja, in den Barrels. Ah, 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 ah. Es macht nicht mehr so. Sondern es ist jetzt einfach da. Ähm. Für alle, die das Problem auch haben. Einfach mal den, äh, Mod Optifine deaktivieren. Eigentlich ist Optifine ja dafür da, dass es alles ein bisschen cooler ist. Aber, tja. Manchmal ist, äh, das einfach so ein kleines bisschen rumdürpen. Ach, du bist doch scheiße. Entschuldigung. Ähm. Äh, 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 ich möchte letzten Endes, warte mal, ich möchte letzten Endes die Mark, 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 4, Mark, 3 haben wir hier. So, Mark 2 war da. Wo hat man denn jetzt? Ich bin blind, ich bin blind. Äh, da. Genau. Äh, die Essence Infused Helmet. Okay. Äh, das habe ich nämlich schon fast befürchtet. So, wir müssen jetzt erstmal die Infused Diamonds machen. Und dazu brauchen wir 24, ähm, wir brauchen auf jeden Fall Goldessence und Obsidian Essence und Diamanten. Aber die Diamanten, das ist ja eher so nebensächlich. Ach ja, so, ähm, Obsidian Essence. Ähm, ach, das ist, ne. Äh, äh. Ähm, also entweder, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen uns jetzt hier unten hin und farm crops wie ganz große. Oder allerdings, äh, wir machen uns das richtig cool. Und wir suchen erstmal Rubber. Aber erstmal gehen wir ins Bett. Weil irgendwie ist das nämlich jetzt gleich voll duster. Und dann kommen die ganzen Viecher wieder raus, ey. Ich hab keinen Bock wieder zu sterben. So, komm, komm, komm. Nicht verschlafen, nicht verschlafen. Lass mich in mein Bett. Lass mich in mein Bett. Wieso kann ich nicht an Tage geschlafen? Hallo. Ach, Mann. Nicht, komm, geh weg da. Ich will schlafen. Was ist das eigentlich da hinten? Ach, ich wollte gerade ranzoomen, aber es geht ja nicht mehr. Optifine ist ja weg. Ah. Meine Güte. Wie schnell man sich aber auch an so bestimmte Mods einfach mal gewöhnt. Das ist voll schrecklich. Dam, 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 dam. Badabadabadabadam. So. Ähm, okay, wir haben ein Schwert. Und wir haben jede Menge auf Tasche. Das läuft. Wir haben eine dicke, fette Rüstung an. Das passt schon, das passt schon. So, wie viel brauche ich denn für Rubberseeds? Mal eben ganz kurz gucken. Das ist Fire, Blaze, äh, Rubber, damals ja. Äh, vier Rubberbars und... Okay, gut. Also brauche ich im Prinzip nicht viel. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. So. In die Richtung waren wir ja schon mal. Jetzt gehen wir mal hier in die Richtung gucken. Vielleicht finden wir ja was. Und wenn, dann drehe ich gleich voll fett am Rad. Weil, das kann es doch nicht sein. Wir sind in die Richtung, meilenweit gelaufen. Dahin bis zum Meer sind wir gelaufen. Und nirgendwo was gefunden. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Och, nee. Oh. No comment. Einfach. No comment. Ich sag, ich... Nein. Ich sag dazu einfach mal so überhaupt gar nichts. Bist du etwa auch? Och. Och, nee, ey. Was ist denn das? Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum hier nirgends so dusselige Rubberbäume rumstehen. Och, nee. Du bist auf jeden Fall kein. Du bist eine Akazie. Ich lasse dich auch stehen. Dicke, fette Akazie. So. Was bist du? Auch eine Akazie. Wieso sind hier vier Rubberbäume umgeben von Akazien? Och. Das sind dann wieder solche Momente, wo ich mir so denke, Fick dich spiel. Danke. Fick dich einfach. Och, Mann. Direkt vor der Haustür. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Äh, wieso ist denn hier nirgends Rubber? So, Rubber kriegst du doch eigentlich sonst wie Sandarmee. Aber irgendwie, hm. Komisch. Selbst da hinten im dicken Forest war ich ganz wein. Und da war nirgends ein Rubbertree, ey. Och. So, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie rüberkommen. Ha. Voll erledigt, das Problem. Achso, und ich hab hier eben vor der Aufnahme noch so ein, zwei Fackeln gesetzt. Weil irgendwie war mir das Ganze doch ein bisschen ungeheuer. Hier mit dem Aufstieg und dem nicht beleuchteten da unten. Und ich dachte mir so, oh, nee, das kommt nicht cool. Ähm, so. Dann waren wir da mal eben. Ah, warte mal, warte mal. Ich glaub, das geht auch mal Raw Rubber, oder? Geht das auch mal Raw Rubber? Raw, 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 raw. Nee, müssen Rubberbars sein. Okay, gut. Aber pflanzen wir halt wieder vier Stück rein. So. Warte mal, zackig hier. Warte mal, kann ich die nicht auch da hinten reinschmeißen? Blü, 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 blü. Ähm. Ähm, theoretisch müsste das doch theoretisch, wenn ich ihm jetzt sage, Alois Furnace Only, dann geht das sogar. Ist das cool. Ist das cool. Wenn ich das allergeilste ist, dann macht ihr jetzt gleich drei auf einmal. Also das heißt, wenn ich jetzt gleich da rübergehe, dann hab ich schon meine vier Stück für meine Seeds zusammen. Ha. So, und dann kann ich nämlich mit dem restlichen vier Dinge tun, von denen ihr nie gedacht hättet, dass diese Dinge möglich sind. Ich werde daraus nämlich etwas bauen. Etwas Längliches. Etwas, ähm, egal. Ähm, ähm, äh, was war das Strong Essence, ne? Ich glaub ja. So, äh, dann brauch ich hier mal eben den, äh, äh, toll. Toll. Da bin ich ja gleich wieder meinen ganzen Wegesenzen los. Tolle Wurst, ey. Richtig toll. Und was war jetzt mit dem schön infused Ingots? Äh, voll für die Katz, ey. Oh Mann, ey. Egal. So, ähm, wo hab ich meine Steine? Da. Hier. Kann ich da raus schon? Ne, kann ich nicht. Schade. Wär ja schön gewesen. So, guck mal. Regular. Oder waren das doch nur Regular? Oder so. Papa, 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 mal eben schauen, mal eben schauen. So, da, Rubber. Äh, oh, waren sogar nur Regular. Pöp, 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 ist das cool. So, und dann kommen wir da nochmal hin. So, und dann kommen wir da und da und da und da. Und jetzt werden wir uns natürlich Seeds. Seeds, die ich hätte natürlich eben mitnehmen können. Aber irgendwie überhaupt nicht dran gedacht habe. Ach ja. Na, dann ist das so. Ach ja, ach ja. Mein hat's schon nicht leicht hier. Man hat es schon nicht leicht. So. Auf, auf. Rubber Seeds pflanzen und abbauen. Lada, bada, bada. Oh, warte mal, wir können mal den Rest eigentlich nochmal, äh, also das Rest hier, Rubber, könnten wir eigentlich nochmal eben hier ganz kurz in den Ofen schmeißen. Und uns drüber freuen, dass da was Tolles bei rauskommt. Yay. So. Und währenddessen können wir schon mal wieder einen weiter Rubbers, Rubber, 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 anbauen. Hm, reicht das eigentlich ein bisschen nach drüben? Ne, geht nicht, weil, äh, ich könnte mir natürlich mal eben eine Ho bauen. Ich baue mir mal eben eine Ho. Eine Ho. Bist du eine Bitch und keine Horror? Dann abonniere Apple. Gut. Bäh, bäh, bäh. Toll. Jetzt habe ich für den Rest des Abends, hätte ich beinahe gesagt, also wir haben morgens um halb zwölf, habe ich wieder für den Rest des Tages diesen dusseligen Ohrwurm, ey. Nehmen wir mal viel Spaß auch euch damit. So. Ähm, warte mal. Ich glaube, drei Stück sollten auf jeden Fall reichen. Ich glaube sowieso, ich brauche nur zwei, glaube ich. Ich bin mir da, allerdings jetzt gerade nicht ganz so sicher. Hm, geht das überhaupt nicht? Äh, 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 jetzt besagt bitte nicht, dass ich keine Dingsho machen kann. Kann ich denn wenigstens ne Dingsho, ne Wundenho, ne Wundenho, ich doof, Stoneho, nicht auch doof. Oh Gott, ich mach nicht Stoneho. Ähm, nicht Stoneho. So, gib mal meine Flints wieder her oder brauche ich mal Koppelstones. Gib mal her, danke. Äh, Koppel, da sind sie ja. So, so und so. Äh. So, ha, Mensch, wusste ich doch, irgendwie so war das. So, ähm. Dann schmeißen wir die Steinchen nochmal wieder rein. Dann muss ich die nämlich die ganze Zeit mitschleppen. Ähm, wenn dann irgendjemand vorbeikommt. Äh, darf ich deinen Rucksack tragen? Ja, aber selbstverständlich. Äh, was hast du denn da drin? Baggersteine oder was? Ne, ne, sind nur Koppelstones, sind nur Koppelstones. Ach ja, äh, wachse? Wachse! Blöd, Mann. Gut, äh, was brauche ich denn gerade mal nicht? Äh, Kohl, Kohl brauche ich definitiv gerade nicht. So. Dann machen wir das da weg. So. Oh yeah, es wächst, es wächst, es wächst. Oh yeah. So. Und sogar gleich zwei Seeds rausgekriegt, ist das cool. So. Oh yeah. Ach, ich liebe die Musik im Hintergrund. Ich liebe sie. Ach. Ach, ja. Sind wir schon wieder beim Zelda-Thema. Ich finde es interessant. Irgendwie läuft es in jeder Aufnahme darauf hinaus, dass ich irgendwie zum Thema Zelda komme. Und für alle Interessierten, ich habe es immer noch nicht hingekriegt, aber ich muss, also meinen N64 aufzunehmen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich hatte in letzter Zeit so überhaupt keine Zeit. Ich bin so ein bisschen mit Arbeit eingespannt und dann habe ich so nebenbei noch so ein, zwei private Dinge am Laufen. So. Ne? Weiß Bescheid, ne? Und, ähm, ja. Ne, das war in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit. Ich gebe es zu, ich bin eine Schlampe. Trotzdem, ähm, also, was die Zeit angeht. Ähm, jetzt muss ich nochmal irgendwo diesen blöden Dreckblock loswerden. Hallo? Hallo? Hier geht es doch bestimmt irgendwie raus, oder? Ne, schade, geht natürlich nicht raus. Na gut, dann stellen wir die Tafel. So. Oh yeah. Die, ähm, ja. Und neulich, wann war das? Ich glaube, ich hatte mich schon dafür entschuldigt. Keine Ahnung. Ähm. Da hatte ich die Folgen am Vormittag hochgeladen. Also ich musste um, wann war das? Ich glaube, ähm, zwölf? Ne, um zehn Uhr anfangen zu arbeiten. So, und, also, zehn Uhr morgens, Vormittag. So, und ich hatte die Folgen noch nicht hochgeladen gehabt, weil ich noch keine Zeit dafür gehabt hatte. Weil die noch, äh, ein bisschen Feinschrift bedurften. Wo dann irgendwie auch die sieben Minuten von der letzten Folge irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen sind. Ähm. Und ich habe YouTube gesagt, hier, komm, wenn hochgeladen ist, dann schaltest du die bitte heute um 18 oder um 19 Uhr frei. Also einmal Mario Kart und einmal Minecraft. Glaubt ihr, YouTube hat irgendetwas gemacht. Ich habe das allerdings auch erst zwei Tage später festgestellt. Für den einen Tag, da kamen wirklich überhaupt keine Folgen. Da waren auch keine Folgen für, äh, für vorgesehen. Ähm. Aber, tja. Dann ist man da auf Arbeit und denkt sich so, ja, läuft ja alles. Und dann stellt man zwei Tage später fest. Äh, da läuft ja gar nichts. Da läuft ja gar nichts. Tja. Naja. Auf jeden Fall. Äh, kamen ja jetzt so in den letzten Tagen. Das ist verhältnismäßig, regelmäßig. Sagen wir es mal so. So. Diese Folge hier ist zum Beispiel auch erst für heute Abend. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, weil, äh, Renderzeit muss ich noch. Und dann muss ich die Folgen dann noch ein bisschen nachbearbeiten. Und das war erst schneiden, bearbeiten, rendern. Dann muss ich die Folgen noch schneiden. Also einzelne Folgen schneiden. Dann, äh, die nochmal, äh, um, umrendern, hätte ich bei einer gesagt, umkonvertieren in ein anderes Format, damit das erstens nicht so groß ist und dann nicht so lange zum Hochladen braucht. Dann, äh, ja. Mario Kart zum Beispiel habe ich noch auf Vorrat? Habe ich noch drei, vier, fünf Folgen? Ich befürchte nur, dass ich diese auch neu rendern muss, weil mir da ein kleines Manöver mit der Lautstärke passiert ist. Hehe. Tja. Wobei, äh, ich glaube, das ist nur vereinzelt. Ich muss doch mal nachschauen, wie ich das mache. Ihr werdet es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht merken. Hoffe ich. So. Aber, lang genug gesappelt. Jetzt wollen wir hier erstmal, glaube ich, ein... Wartet mal. Ah, deswegen verliere ich kein, keine Nahrung. Das ist, äh, auch interessant.